Hallo Leute, ich bin's. Das wird ein kleines Monster High Jungs Update sein. Ich zeig euch die ganzen Jungs, die ich zur Zeit besitze. Fangen wir mal von hier an. Hier habe ich Slow Mo Mortovitch noch in der Box. Hier habe ich Gil Weber und er ist aus Dance Class. Hier habe ich noch original in der Box Jackson Jekyll. Und das neueste in meiner Sammlung ist Jackson Jekyll, Freaky Fusion, Save Frankie. Und da hinten habe ich das natürlich Hold Hide, alias Jackson Jekyll, wenn er Musik hört. Original noch in der Box und das ist von Swim Class. Und nochmal hier ist Claude Wolf und das ist auch von Music Festival. Und hier unten habe ich Slow Mo Mortovitch aus der Box. Also ich habe ja eine in der Box und eine aus der Box. Und hier habe ich einen ganz normalen Basic Claude Wolf. Und hier habe ich Juice Gordon. Er ist aus... Ich habe ja zwei Juice Gordon. Eine habe ich die Haare abgemacht und habe was anderes gemacht daraus. Und das ist der Basic gewesen. Aber er ist aus Scaries. Er hat nur ein anderes Outfit an. Und zuletzt ist noch Heat Burns aus dem Cockset mit Abby zusammen. Ansonsten, das wollte ich euch nur zeigen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, einfach unten in den Kommentaren schreiben. Ansonsten liken, kommentieren, abonnieren. Tschüss! Ansonsten, intention, Nura, 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 Nura. Ansonsten, Nura, 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 Nura Nura, Nura. Ihr könnt ihr euch schuldigen, den wir auf dem Dach ansehen brauchen. Ansonsten, Nura, Nura Nura, Nura. 24 A Kina, Nura. Ist, das ist das Wunder als Ereignis. Ansonsten, Nura, Nura Nura.